hallo youtube ja wie man hier sieht sämtliche antriebsräder sind runter alles relativ nackt hier sieht man schon das öl rauskommt da oben auch da wo es gar nicht rauskommen soll jetzt geht es gleich daran die ölwanne auszubauen die muss auch raus die ölpumpe sitzt hier nämlich mit dem gehäuse und saugt über das gehäuse an ja ich freue mich total das ist alles in allem eine unglaublich schöne arbeit aber muss ja gemacht werden hilft ja nichts obwohl ich echt kurz davor bin den motor zu wechseln ich habe noch welche das ist nicht das problem ich habe noch genug davon wird wohl darauf hinauslaufen dass ich den ganzen kram hier auseinander bauen muss der auto fahren will muss leiden gelegentlich er macht ja sonst auch keinen zicken also von daher die nötigen repartoren vorausgesetzt ist er sehr 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 zuverlässig und sehr 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 treu also von daher hat er das verdient ja ich will mich gleich aus dem untergrund zurück das geht ziemlich unter dem auto weiter ja sieht immer noch nicht anders aus es ist ein bisschen zeit vergangen ein problem auch wieder dank dieser werkstatt zum kotzen ist das und so ein paar andere sachen sind auch noch raus gekommen ja hier liegt das große besteck ich weiß ja ich hätte jetzt die ölwanne abnehmen müssen was grundsätzlich kein problem wäre wenn ich irgendein experte reden wir mal andersrum dieser wagen hat keine ölwandichtung der wird per dichtmittel was da oben auch rausquillt moment mal da am rand sieht man das was da am rand rausquillt wird der wie die ölwanne eingesetzt so dann wird werden die schrauben die da drin sitzen mit 25 newton metern angezogen so wie man jetzt da sieht ist das schon eine schraube gestorben da hinten ist die nächste schraube gestorben irgendwo da mein schlagschrauber zieht mit 300 newtonmeter mit der knarre war gar nichts zu machen mein schlagschrauber zieht mit 300 newtonmeter und ich krieg die da nicht raus dann habe ich mir die schrauben angeguckt die ich rausgekriegt habe ja komplett mit dichtmittel verseucht wenn ich so eine ölwanne einbaue setzt sich dadurch schrauben rein hängen die ein bisschen fest mit fett oder sowas in der richtung dass sie da drin stehen bleiben dann kommt die dichtmasse daran schön um die schrauben drumrum dann setze ich die ölwanne leicht auf und drehe die schrauben rein das sind sacklöcher ja hört sich witzig an sind aber sacklöcher das nennt man so und wie man hier an dieser schraube entdeckt über und über mit dichtmittel sacklöcher ja das problem hydraulik das prinzip ist euch ein begriff denke ich wenn ich einen kolben irgendwo mit einer nicht komprimierbaren flüssigkeit zu drücke muss die kraft auf der anderen seite irgendwo hin zu deutsch ich kann mir denken warum das hier alles undicht ist entweder haben die den block oder vorne das steuergehäuse gesprengt beides ist nicht gut beides ist absolut überhaupt nicht gut so dann sind mir noch ein paar andere sachen aufgefallen der zahnriemen war hier dran fest also das war die spannrolle welche allerdings so saß das da drin welche allerdings gar nicht mehr benutzt wurde da gab es eine erneuerung da gab es einige zahnriemen risse aufgrund dieser rolle hier weil diese rolle hat ein schulter die neue version ist zweimal praktisch dieses ding ohne schulter und zwar ist das problem gewesen dass sich der rand des zahnriemens hier dran aufgerieben hat und dann irgendwann der zahnriemen gerissen ist gott sei dank haben was gemerkt so problem ist jetzt unter dem auto kriege ich die sachen dann nicht ausgebohrt nicht vernünftig repariert das wäre alles nur gepfusche was ich jetzt da drunter mache ergo der motor muss raus schön dank auch ich gucke mir gleich noch mal die rechnung an ich glaube ich schick da heimlich eine e mail hin oder sowas in der richtung anonym und sagt dass sie doof sind ja ja so fern der wagen muss laufen sind wir uns einig das auto muss laufen das auto muss ziehen ohne kommen wir nicht aus und zugfahrzeug und von daher sehen wir uns gleich wieder willkommen beim schlachtfahrzeug ja der wagen wurde aufgebaut hier sieht man das schon hier waren schnorchel dran die stoßstangen die jetzt am einem dann sind waren dran der wagen läuft super der motor ist getunt hat auch noch nicht viel runter der lief zuletzt auf einem pferdehof ist aber für eine ganz andere gelegenheit gebaut worden 274.000 kilometer hat der wagen runter allerdings mit schaltgetriebe läuft sah nicht also wir haben mit diesem auto haben wir beim getriebeschaden unseren geschleppt und er hat keinen ärger gemacht so überhaupt nicht hier sind noch ein paar zusatzteile die ich noch nicht so ganz durch schaue wahrscheinlich fernstein werfe oder so was in der richtung klimaanlage hatte der auch hat der allerdings ausgebaut der ist für die sahara gebaut worden der wagen der war mit in der sahara der vorbesitzer vor vorbesitzer und ja ist ein sehr schnelles auto also man muss wirklich aufpassen dass man im schalten hinterher kommt ich denke ich muss die pumpe ein bisschen runter drehen ansonsten zerreißt er mir das automatikgetriebe der ist wirklich wirklich brutal getunt der ist wirklich sehr 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 schnell der dreht auf allen vier rädern durch sobald es nass ist wenn der turbolader einsetzt deshalb muss ich den wahrscheinlich ein bisschen runter drehen ja das ist eigentlich ein schönes auto gewesen aber naja es ist ein bisschen zu viel arbeit dran und schaltgetriebe kommt halt für uns nicht in frage da meine frau nach ihrem hirntumor mit der linken seite sie kann auto fahren darf sie auch laut wir mussten der mpu nachweisen und so weiter aber mit der linken seite lenken ja geht geht aber präzise ist anders also von daher besser mit automatikgetriebe klimaanlage muss bei uns auch funktionieren auch die gleiche geschichte mit dem hirntumor möchten einfach wenn es wirklich sehr heiß ist und im auto sitzen keine 60 grad im auto haben der hatte hier eine klimaanlage aber wie gesagt die ist stillgelegt worden für eine zweite lichtmaschine und die ist nicht mehr drin schade ja und in dem fall geht der jetzt erst mal geht unser morgen in die werkstatt also wir bringen in die werkstatt der wird gezogen der ist ja noch relativ komplett in zwei tagen ist der abschleppwagen von dem kollegen wieder fertig wirklich gerade neues getriebe auf garantie und dann geht der hier auch in die werkstatt der motor geht raus die vorderen federn gehen raus war der hier hat ein pro com fahrwerk drin das ist ich habe keine ahnung wo es herkommt steht auf jeden fall so drauf und wie gesagt wir haben mit diesem hier hatten wir unseren weggebracht hier stand also ein zwei tonnen land rover auf dem 600 kilo hänger und dieses auto ist keinen millimeter hinten in die knie gegangen und dann haben wir irgendwann entdeckt dass vorne ein stoßdämpfer die also die befestigungsschraube des stoßdämpfer unter einer achse abgerissen ist das hat man nicht gemerkt die federn hier drin sind so unglaublich brutal so stark dass sie nicht mal mehr stoßdämpfer brauchen ist schon übel da ist ja eigentlich alles drin alles mögliche an die lampen ja hier an dem auto ist viel gemacht worden wie gesagt der hat den wagen dann irgendwann verkauft an einen bauernhof und die haben sich da echt gut drum gekümmert muss ich sagen ich glaube das verteilergetriebe hole ich hier auch raus das lässt sich wesentlich besser schalten als meins kann man kann mit dem hammer einlegen ja kupplung und so was alles in der richtung alles top bei dem auto möchte also einer ein getriebe braucht passt auch in defender rein ein schaltgetriebe braucht das ist sahnig kein kratzen vom ersten den zweiten machen die ja gerne ja die ledersitze werde ich wahrscheinlich auch bei uns einbauen gibt schönere aber mein gott unsere sind halt ziemlich durch da steht noch einer der motor war allerdings ziemlich fertig ja der kommt vom bauernhof der hat uns 200 euro gekostet der fuhr auch da an die stelle aber der hatte kaum kompressionen und sprang schlecht an und deswegen haben wir lieber die andere anbauteile runtergenommen hinten stehen noch zwei also von den dingern haben wir genug also insgesamt haben wir nur 1 2 3 4 5 6 stück insgesamt 6 discovery ich ich finde da würde mir im leben nicht einfallen so ein ding zu kaufen den namen bezahle ich nicht das ist die gleiche technik für ein zehntel des preises und schlachtfahrzeuge gibt es wie gesagt 200 euro gut für den jahr habe ich 1500 bezahlt geschuldet dem motor dem technischen zustand wahnsinn wirklich wahnsinn das ist der fährt unglaublich gut allrad unglaublich gut achsen und dann wie gesagt die ganzen zubehörteile die hier dran sind ich freue mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen auf den motor wie gesagt ich muss den runter drehen auf jeden fall sonst reißt der mir das automatikgetriebe kaputt das ist gebaut bis 400 newtonmeter und der kollege hier hat wesentlich mehr leistung da ist ein anderer turbo drin ein sogenannter hybrid turbo wenn ich mich nicht irre das was bis jetzt sehen konnte die einspritz pumpe ist anders eingestellt ja das thermostat gehäuse fehlt hier aber das ist kein thema das sind wie gesagt hier vier schrauben eine dichtung und das war's habe ich alles da ansonsten ist er technisch zu deutsch motor einhängen weiterfahren und dann in ruhe den anderen fertig machen ist wesentlich effektiver als jetzt hier an den anderen rum zu kaspern und dem risiko unterliegen dass ich die schrauben dann nicht rein kriege oder nicht vernünftig die gewinde ausbohren die schrauben ausbohren kann und so weiter und so weiter ausgebaut ist das alles kein thema dann lege ich mir den anderen weg so damit habe ich auch die ersatzteile nicht umsonst gekauft ich überhole den anderen motor einfach vom grundsatz her läuft er auch gut und dann wird er weggestellt kommt hinten in die ecke in die garage und dann ist gut so schlimm ist das alles nicht ja das ist auch schon grund hier warum ich den hier erstmal weggestellt habe das war nicht nur sahara das war auch reichlich salzwasser vom rahmen her gut aber die karosserie ist echt mürbe dies echt fertig ich glaube sogar ein bisschen schlimmer als unser damals hier ist jetzt nichts mehr hinter ja gut unser sah auch nicht besser aus aber warum soll ich mir denn zwei fertig machen so schlimm ist es dann auch noch nicht ja somit geht der jetzt erstmal zur schlachtbank motorgetriebe verteiler getriebe ist ein strang ich werde die front aufschneiden dass das nach vorne rausheben kann und dann kommt er wieder hier hin hier sind noch genug teile daran die man gebrauchen kann den pack ich mal nicht weg die post war da ja jetzt kommt die steuergehäusedichtung gut gut sie dazu haben kann ich mich ganz in ruhe wenn der auto ausgebaut ist dran machen und das reparieren übrigens daiko ist der erste ausrüster in bezug auf den zahnriemen da waren ein paar fragen in den kommentaren daiko ist der erste ausrüster die liefen liefern land rover oder haben die damals beliefert und der lieben ist also erst ausrüster qualität so wie er auch neu eingebaut wurde ja also der motor überhole ich wenn ich den draußen habe ja gute nachrichten ein zahnriemen kit für den astra mal gucken ob er vollständig ist gerade angekommen niemand mehr drin zahnriemen spannrolle sowas von schön der aufkleber ja und weil ich das immer mache das ist einfach so wer es schon mal selbst erlebt hat ich hatte man polo 86 c zahnriemen gemacht quasi gefühlte fünf minuten später wasserpumpe im eimer von daher ja auch schick der kühler schon mal raus und wie man sieht wenn man unter wasser fährt sammelt man zeug ein ja das muss offensichtlich gereinigt werden ja ansonsten sieht er sehr gut aus ist überhaupt nicht irgendwie undicht oder so top zustand notfalls hätte ich auch noch ich glaube vier stück da gehabt das ist der kühle an sich hier oben sieht man noch die beiden anschlüsse für den ölkühler der kühler selber ist natürlich nicht aus plastik sondern aus kupfer messing kupfer keine ahnung auf jeden fall das metall und nicht irgendeinen plastik wo einem die flansche abfliegen so wie man jetzt hier sieht ist kein kühler mehr das sind die ölkühlerleitungen die haben wir zur seite gebunden kühlerleitungen also kühlleitungen an sich die fliegen gleich komplett raus damit sie nicht beim ausbau kaputt gehen das ist ein ein schlauch paket er hat nur zwei eins von da zum kühler und zum thermostat und eins hier rüber und zur heizung das war es sehr simpel gehalten und sehr effektiv ist ja auch richtig so jetzt auch den ladenluft kühler durch raus der ist da unten noch verschraubt wäre super schön wenn der andere jetzt kommen würde ich habe die hoffnung ein bisschen aufgegeben ok ich mach mal weiter die leitung noch runter die nämlich gleich komplett mit dem landluft kühler raus und dann müsste der mutter wird immer freier sagen wir mal so rum ja ok wir sehen uns später nächstes update das hier ist die wasserpumpe und ihr gehäuse man sieht jetzt relativ klar dass ich maschine baut da unten drin hier in der seite ist die nicht maschine drin wenn man jetzt relativ gut sehen kann dieser motor ist komplett in segmenten aufgebaut das hier ist die wasserpumpe hier unten sitzt die also hier sitzt die servopumpe drin und hier außen sitzt die die maschine drin wasserpumpe halt das ist die eine seite zum blog abgedichtet mit der sogenannten p dichtung warum heißt die wohl so blöde frage diese dichtung hier die aussieht wie ein p ist die p dichtung ein brüller ich habe das jetzt alles abgemacht damit das ist sehr ausladend hier an der seite die lichtmaschine alleine schon geht bis hier und es ist wesentlich einfacher die ganze geschichte da rauszuheben wenn der motor etwas schlanker ist das steuergehäuse kriege ich runter aus bekannten gründen ja blöd aber wie gesagt der andere motor ist komplett bis auf ach ja den muss ich noch abbauen denn thermostat baue ich noch runter und dann kann er raus ich habe ihn komplett entkabelt alle leitungen sind runter spritte leitung heizung alles ist runter anlasser ist ab also muss im grunde nur noch die down pipe die lass ich jetzt erstmal dran nicht dass auf dem boden umschleift beim abschleppen ja genau ja aus dem konzentrierten arbeiten ins sprechen rüber zu gehen fällt mir immer ein bisschen schwer ja ja und wenn der das steuergehäuse weg ist kann ich mir den motor schön auf einen motor ständer setzen und da in ruhe weiter arbeiten also der ist kopf dichtung ist gemacht letztes jahr und so weiter und so weiter und so weiter dem motor dass ich garantiert nicht ich werde ich gar nicht weg nein es geht jetzt nur darum so schnell wie möglich wieder zu werden die leute mit dem t3 müssen jetzt den t3 auch selbst holen die holen sich unseren hänger mit einem t4 sollte das knapp klappen zwei tonnen darf der glaube ich ziehen ja schicke sache so was das ist übrigens hier das lenkgetriebe hier oben ist die einstellung das gewinnen wenn so ein land rover irgendwann kriegt der lenkspiel wenn man größere reifen fährt dann wird diese mutter gelöst die schraube ein bisschen reingedreht muss man ausprobieren es gibt da keinen großartigen nach kein großartige referenz was man wie machen muss die hier lösen das hier oben dann ein stückchen fahren und lenken wenn das lenkrad sich stockig anfühlt also es bleibt quasi im eingeschlagenen zustand was das war das zu viel da wieder ein bisschen lösen richtig ist ich glaube ein fingerbreit bis anderthalb bis zwei fingerbreit spiel ist noch okay darunter bleibt die lenkung also bleibt die lenkung stehen ganz blöde idee darüber habe den ozeandampfer auch nicht gut macht keinen spaß und hier sieht man ein gutes beispiel daran warum man immer den kühler frostschutz wechseln sollte auch ihr habt in euren motoren bauteile die drin stecken wie ich zum beispiel hier solche schrauben oder sowas in der richtung das gammelt weg auch eure zylinderkopfdichtung gammelt durch hatte dieser motor der stand ja zwei jahre ein jahr stand da bei der vorbesitzerin einstelle ein jahr stand da hier bis ich mich motiviert habe das ding durchzuschweißen dauerte halt ein bisschen aufgrund der massiven schäden da motivation aufzubauen und das war nicht mehr gut das zeug was da drin war und siehe da quasi sofort als das ding angemeldet war kopfdichtung durch natürlich auch gleich mit überhitzung und kopf wechseln bzw planen lassen und so weiter und so weiter deswegen die suppe lieber mal wechseln lassen sonst dümpelt nämlich irgendwann so eine richtig üble suppe da drin rum ich habe jetzt ein paar mal gespült und gewechselt jetzt kommt hier kein rost mehr raus aber natürlich sind da immer noch rostige schrauben drin die stecken halt auch in diesem gehäuse wasserpumpengehäuse wird halt durchgeschraubt und wenn ein bisschen wasser rauskommt rosten schrauben das ist halt blöderweise so und diese p-dichtung ist berüchtigt na ja auch die muss man regelmäßig immer neu machen die werde ich aber im zuge des aufbaus dieses motors werde ich dir jetzt noch mal kaufen kostet 50 oder so 1 euro 50 oder 1 euro 54 kostet die p-dichtung ja mit ein bisschen dichtmittel und dann geht das den thermostaten nämlich jetzt noch runter nicht dass der morgen irgendwo aneckt wenn man den motor da rausheben wenn das morgen klappt gehe ich aber mal von aus thermostat noch runter genau und dann der kommt in einer motor richtig okay das mache ich noch eben schnell mein kater jagt jemanden naja meine frau und er quatscht ja okay bis gleich so wieder im schlachtfahrzeug hier sieht man auch die schalthebel anbindung beim defender ist ein etwas längerer schalthebel drin ja der wird hier getrennt und je nachdem wo der eingesetzt wird ist er halt kürzer länger wird hier angesetzt dann haben wir hier vorne den wählhebel für das zwischengetriebe mit der sperre steht auch hier vorne alles zwei ebenen hello und jeweils in die flog auch noch mal hello genau ja hier machen wir etwas wenn wir wahrscheinlich etwas weniger aufwand betreiben und das auto zu zerlegen wie gesagt wird die front ausschneiden die getriebe traverse unten drunter ab und die karen wenn ich habe das gefühl dass hier ein verteilergetriebe vom defender drin ist der hatte ja vorher die reifen drauf die wir jetzt drauf haben und hatte unglaubliche kraft normalerweise sagt man mit so großen rädern da ist beim discovery meistens schluss die verteilergetriebe sind anders übersetzt der defender hat ja serienmäßig 235 80 16 drauf und diese übersetzungs problematik macht den discovery meistens etwas langsamer der hier allerdings wie gesagt ging höllisch vorwärts und ja ich denke der hat ein verteilergetriebe vom defender drin um das zu kompensieren ja dann werde ich das verteilergetriebe wahrscheinlich direkt mit umbauen weil wie gesagt uns das ist unglaublich zäh zu schalten da gibt es so eine schaltschiebemuffe die ist eine lange geschichte die muss man auf jeden fall mal erneuern das fett verharzt irgendwann und dann geht die ganze umlenkung nicht mehr oder nur noch schwierig okay ich werde das video denke ich mal fertig machen wenn ihr das seht wird aus meinem schon der motor draußen sein und das wird also morgen hochgeladen ich hoffe dass morgen der motor schon draußen ist gehe ich aber mal davon aus und übermorgen wird der hier abgeholt den können wir nicht über die straße ziehen da ist nicht mehr viel mit federung weil ich die fehler ausgebaut habe und die stoßdämpfer ja vorne die federung müssen wir auch in unseren rein bauen sind federn für erhöhte erhöhtes gewicht haben wir gemerkt der ist nicht in die knie gegangen trotz discovery und hänger hinten dran das ist unglaublich pro kopf federn unglaublich stabile teile ne das kommt auch hier rein bei uns rein und dann kommt er wieder hierhin also nur weil jetzt motorgetriebe und so ein kram draußen ist schmeiße ich das auto nicht weg hier sind noch unendlich viele ersatzteile drin alleine der airbag da ist er schon das erste ersatzteil das sind also noch tonnenweise sachen die man hiervon gebrauchen kann sitze die müssen wir auf jeden fall umbauen unsere sitze sind unten die die sitzkonsole gebrauchen ja so ist das ja dann wollen wir mal gucken dass wir morgen den blauen ganzen kram schon mal ausbauen im motor und dann kommt der hier rein wie gesagt die klimaanlage ist gekappt bei dem dann wird der motor noch mal richtig schön sauber gemacht ich werde das erste mal so da strahlen ausprobieren das ist nicht nur so da sodiumkarbonat irgendwie sowas so heißt das zeug soll für aluminium quasi eine frischzellenkur allererster kajüte sein ok ich wünsche euch schon mal was bis zum nächsten video bis denn ciao